Trenn up the speech ja, Servus Leute, ich bin's, der Savvy von der Epic4 und ich hab halt ne Survival Map mit Frey und Alex zusammen gestartet jetzt da bauen wir jetzt mal diese Folge daran ok ich geh jetzt mal holzwarm an dieser Welt werden wir diesmal das nächste Mal und das nächste Mal halt dran bauen das nächste Mal wir machen uns jetzt mal ein paar Werkzeuge das nächste Mal das nächste Mal das nächste Mal das nächste Mal geht Pellen und alles das Regen oder? das nächste Mal das nächste Mal das nächste Mal das Mal das ist das ist das ist Das war's für heute. 3 jeder Fluss auch dabei das ist hier neben mir Prozent ja wir gehen jetzt zum Dorf bis sie Essen holen also ich werde da vielleicht auch mitspielen also ich werde das nicht besser ich regle das da, dass die Weltgarten und so ein Schein also die Parts hier werden wahrscheinlich Flo ist hier unser Elgato-Spezialist das ist dann ziemlich langweilig bleiben wir nicht so lang aber es geht warte, jetzt nehmen wir die Füscheregalen ja, Flo ja, Flo ja 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 ok, Prost ja, dann können wir das was geht was geht was geht was geht wo 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 was wo es gab hier ältest Standardsachen bauen mhm ich suche ein bisschen ok 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 Flur ist ein ziemlicher Noob in meinem Kopf. Ich habe mich mit Alex ziemlich rasiert. Und mit Kevin. Ich schaue auf die Karte. Sind die ja live dabei? Ich glaube nicht alle, du bist ein behinderter. Du bist sowieso. Gut. Du sollst auch einen Springer? Ja, der kann es gut fahren. So, der Wahlquelle wäre es dir. Okay. Alles klar. Du bist gut. Grüß dich. Grüß dich zu ihr. Ich nehme dir die Pilsen, wenn man hochkommt. Leck mich. Okay. Okay. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich zu ihr. Ich bin neudig. Na, was ist dein Erden? Kann man machen? Muss man nicht? Flo, du bist nicht cool. Okay. Wirklich? Umarm ihn mal. Warum schlägt mich der? Ist das gut? Stell dir vor, du bist jetzt Faro. Okay. Ich hätte so eine Idee, weil sie eine Flocken-WG hat, dann könnte sie so ein fettes Wohnhaus bauen. Und dann so Big Brother oder so. Das ist ganz viel zu tun. Flo, bis die Tour um. Fuck. Fuck. Das ist ja auch mit. Der geht weg, der geht weg. Der geht weg. Der geht weg. Der geht weg. Stefan das machen wir nicht die formen was sieht hier aus bisschen essen was ist das für ein bastard oder mein freund oh da ist mit Alex klein oder? ich wette der Alex hat noch nichts außer den oh ja ja verfolgt mich jetzt oh 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 14 ja 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 14 15 14 15 15 Ich glaube, er hat schon verlassen, oder? Warum verlässt du uns dann bitte? Das sind Behinderte. Ja, ich fahre erst. Damit euch mache ich nichts. Ich fahre. Okay. Und falls mich interessiert, ich mache am Samstag kommt ein Creeper. Kommt das gleich eh nicht. Sicher kommt nicht. Bei dir dauert sie wieder eine Stunde. Krassen-Casting-Creeper geklottet. Ich bin goldlich. Ich bin glücklich. 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 Du kannst den noch überziehen. Also 15 Minuten ist das Limit. Wir sind eine Minute. und dann bin ich noch. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich nehme noch das Gold mit. Ich schmelze es an und dann. dann war es das für die erste Folge es gab viele Tote ja okay dann fangen wir zu starten wenn du meinst wenn ich da Bock hast ja die Folge fast schon voll lassen ist sehr gut